Ist mir. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben, seine... Okay, falscher Browser. Am Anfang war ich irritiert von Jules und wusste nicht genau, was ich von ihm halten soll, aber mittlerweile, Jules is a good boy. Macht gute Videos, Chat. Einen Monat kam er schon raus, wir haben es die ganze Zeit nicht gesehen. Let's go. Irgendwann öffnet man das erste Mal in seinem Leben, seine Augen... ...tritt durch das riesige Loch dieser Welt und wird geboren. Man macht seine ersten Schritte, besucht den Kindergarten, sieht die Natur, die Städte und findet heraus, wie unfassbar riesig und vielseitig die verschiedenen Orte unseres Planetens sind. Und je älter man wird, desto eher wird man mit den drei heiligen Gesetzen dieser Welt konfrontiert. Erstens, begib dich niemals in eine enge und tiefe Höhle. Du wirst dir sehr wahrscheinlich stecken bleiben. Klar, irgendwelche Kristalle und Stalaktiten sehen sicher wunderbar auf dem Instagram-Profil aus, aber alles, was einen Eingang kleiner als Faustregel sechs Joghurtdosen hat, ist absolute No-Go-Zone. Du willst jemanden aus einer Höhle retten? Du musst erst einmal vorbei am Feuerloch der Verdammnis, dem Pfad, wo du deinen rechten Arm opfern musst. Den Raum, in dem die einen Tro... Ist so ein Fliege, Chat, deswegen hab ich Licht angemacht im Flur. Ich mach mal kurz hier Licht aus, damit die rausfliegt. Das ist ein Nachteil, wenn man direkt am Wald lebt, Chat. Voll drei Quizfragen stellt. Den Gang mit den 30 tödlichen Indiana Jones-Fallen, die von der Decke hängen, bevor du jemanden halbtot kopfüber in einem Loch auffindest. Oh ja, es kommt alles zusammen. Zweitens, begib dich niemals an die obersten 5% der Erdoberfläche. Es gibt einen Grund, warum dir auf dem Weg zum höchsten Ort der Welt rutschende Leichen entgegenkommen. Du willst nicht auf dem Mount Everest? Hier, bitteschön, genau dafür wurden Kameras erfunden. Wie bitte? Das ist nicht das gleiche? Dafür sind wir noch am Leben und diese Liste von Leuten nicht. Hey Brian, Lust auf einen Eiskotz? Und am allerwichtigsten, begib dich niemals unter keinen Umständen in die tiefsten Gegenden des Meeres. Wir alle wissen doch schon bereits, was Wasser ist. Also warum sollten wir noch tiefer forschen? Was sollte schon mal rumkommen? Wasser 2? Alles, was lecker ist, haben wir bereits gefunden. Ein Shrimp, eine Krabbe. Hm, lecker, Thunfisch. Außerdem sind 94 fucking Prozent des ganzen Meeres auf dieser Welt noch unerforschtes Gebiet für uns Menschen, weil an den Großteil kein Licht kommt und er deswegen eiskalt, extrem druckbelastet und gleichzeitig stockdunkel ist. Und in exakt diesem Unterwasserbereich, der für Besucher genau so aussieht, Tiere leben. Wie zum Beispiel ein Fisch, der zwei leuchtende Eier als Gehirn hat und dich lustig anstarrt. Der hier sieht aus wie ein Pokémon. Warum bist du so traurig? Warum bist du so hässlich? Warum bist du so aggressiv? Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wird dich töten. Der hier wurde Fußballfisch getauft. Tentakelmonster, Riesententakelmonster, Gigatentakelmonster, Elden Ring Endbossgegner, gegen den du nicht im 1 gegen 1 antreten willst. Ein Computer Gaming Setup, wenn es ein Unterwassertier wäre. Dieser Fisch sieht so aus, als hätte er überhaupt keine Lust, morgen zur Arbeit zu gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir damals, als wir noch hässliche Fische waren, aus dem Meer gekochen sind, um uns weiterzuentwickeln, sondern weil wir fucking Angst vor dem hatten, was da unten noch so rumschwimmt. Doch wenigstens bist du doch... Du bist schon mal auf dem See oder im Meer geschwommen und dann kam dir dieser Gedanke, was könnte unter mir sein? ... dort unten sicher vor Menschen. Das ist wohl einer der wenigen Forcher, die... Was war das? Wir haben mitbekommen, dass du deine Steuern nicht gezahlt hast. Steuern hinterziehen ist eine Straftat. Außerdem, random Wasserexplosion. Riesige Löcher, die dich einsaugen können und dich daraufhin zu einem Teil von Atlantis machen. Unter Wasser tauchen in Höhlen rein. Da würden mich keine 20 Pferde hinkriegen. Das aber vor allem, weil der Höhleneingang 3 cm groß ist. Immer noch nicht überzeugt? Okay. Es gab 1997 einen Sound mit dem Namen Bloop, der von Navy-Unter-Wasser-Mikrofonen aufgenommen wurde. Dieser Sound war einmalig in einem Radius von 5000 Kilometern des Ursprungsortes zu hören. Heißt, du hättest nie beim Schnorcheln in Frankreich gehört, wenn der Originalstandort in den Buchten von New York gewesen wäre. Das Problem ist, das Audioprofil weist deutlich auf ein Meerestier hin. Allerdings gibt es noch kein entdecktes Tier, was ein anatomisches Profil für ein fucking 5000 Kilometer weites Geräusch hat. Und so wurde die Erklärung vom Bloop-Monster geboren. Was ungefähr so aussehen müsste, um dieses Geräusch irgendwie produzieren zu können. Viel Spaß, wenn ihr das nächste Mal tauchen geht. Den Bloop-Fisch übrigens nicht zu verwechseln mit dem Bloop-Fisch. Der Fisch, der oft als das hässlichste Wasser... Der Bloop-Fisch sieht nur so scheiße aus, weil die Schweine ihn quasi aus 5000 Meter Höhe an die Wasseroberfläche gebracht haben und er einfach nicht leben kann dort. ...Tier unseres Planetens bezeichnet wird. Naja, auf jeden Fall ist es somit nachvollziehbar, dass sich viele Leute denken, unter Wasser? Tauchen? Hm, nope. Doch diese Regel gilt längst nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Das hier ist der Unternehmer und Businessman Stockton Rush. In Fachkreisen wird er der Elon Musk der Tiefsee genannt. Doch lässt sich diese Beschreibung heutzutage positiv als auch negativ auslegen? Glauben Sie, dass ich Elon Musk kenne? Diese Frage stellte mir Elon Musk gegen Ende eines langen Elon Musks und einem edlen Elon Musk. Sein Leben verbrachte er damit, verschiedene Dinge zusammenzubauen, zu konzipieren und sich als Ingenieur in die aufregende Welt des Fortschrittes zu stürzen. Er war ein Mann, der gerne etwas tiefer in die Themen eintauchte und so fand er mit den Jahren seine Begeisterung für die Unterwasserwelt. Und Stockton hatte einen großen Traum. Mit den 94% der Tiefsee, die uns Menschen noch verwehrt bleiben, wollte er als erster Mensch die Reise in die Tiefen des Meeres zur Tourismusattraktion machen. Und was braucht man dafür? Richtig, U-Boote und massive Eier. Holy shit. Nun, Stockton Rush hat zuvor schon Flugzeuge gebaut. Ein U-Boot wird bautechnisch schon nicht allzu weit entfernt sein. Und so... Moment, geht es alles um das U-Boot, was kaputt gegangen ist mit den Touristen, mehr oder weniger? Ich weiß nicht genau, worum es geht. Nimmte er 2009 die Firma Oceangate, mit welcher er ab sofort die ersten Touristen für ein wenig Geld auf spannende und nervenkitzelnde Unterwasserreisen begleiten sollte. Touristen wie zum Beispiel Macklemore. Und jetzt sind wir verabschiedet und Träume werden eine Realität. Hey Macklemore, können wir zu kaufen gehen? Nein. Der für eine PR-Aktion sich mit Stockton Rush ein paar Haie anschauen durfte. Und ich meine, Haie angucken ist cool, aber das kann man auch ohne ein U-Boot. Er wollte mehr. Er wollte in Zukunft unter Wasserbasen bauen, wie man sie bisher nur aus Filmen und Spielen kannte. What the fu- Kilometertiefe Tauchgänge, um die Geheimnisse der Tiefsee zu erforschen. Oceangate als Firma sollte herausstechen. Stockton Rush wollte alles. Stockton Rush wollte tiefer. Ja, ja, das Wrack der RMS Titanic. Das legendäre Schiff, welches vor genau 111 Jahren mit Leonardo DiCaprio an Bord gegen einen Eisberg rammte und seitdem Kilometer weit unten auf dem Meeresboden ruht. Es hat Jahre gedauert, es zu finden und die meisten Menschen werden es wahrscheinlich niemals mit ihren eigenen Augen erblicken können. Wenn man genau zuhört, hört man das alte Klavier noch klimpern. Die Schiffskapelle, die bis zum Ende spielte und seitdem als Geister um das Wrack der Titanic herumschwirrt. Auf dem sandigen Boden die Artefakte von einem Ereignis, welches sich vor mehr als einem Jahrhundert abspielte. Und neben einer Kollektion von alten Tellern ein wertvolles Gemälde vom Eisberg und der Titanic selber. So romantisch. Stockton Rush wollte für einen Betrag von satten 250.000 Dollar Touristen auf eine U-Boot-Fahrt zu dem spannenden Wrack der Titanic begleiten. Und die Zeit lief ihm davon. Denn jeden Tag wird das Wrack von einer Art Bakterium aufgegessen und verliert somit immer mehr an Form. Das Wrack liegt auf einer Tiefe von ca. 12 Eifeltschirmen, 64 Fußballfeldern oder 9,3 World Trade Centern. Oder 3,8 Kilometer. Sorry. Und so werkelte der Meisteringenieur zusammen mit seiner Crew an mehreren U-Booten, welche den tiefen Druck von fast 4000 Metern aushalten sollten, um damit zahlreiche Interessierte zur Titanic zu befördern. Nachdem die meisten davon sich als nicht wirklich funktionsfähig für eine Reise zur fucking Titanic erwiesen, konstruierte er dann das bautechnische Meisterwerk, die Ocean Gate Titan, welche dann 2021 schließlich eingeweiht wurde. Und wie man erkennen kann, es klappte hervorragend. Ganze 90 Mal sollte sich die Titan mit einer Crew auf einer Reise zum Wrack der Titanic begeben. Der Ablauf läuft wie voll. Man steigt mit einer maximal 5-köpfigen Crew in das U-Boot, an dem Gewichte dran sind und taucht 2,5 Stunden lang zur spannenden Todesstätte von mehr als 1500 Leuten. Dann schwimmt man ein paar Stunden rum. Juhu, hier ein cooles Wrack, hier ein cooler Becher, hier die Knochen von Leonardo DiCaprio. Und damit der U-Boot-Kapitän auch weiß, wo er hin muss, kriegt er Kommunikationssignale wie geradeaus, rechts oder SOS, sende Hilfe, wir werden sterben, das Blutmonster greift an, an das Mutterschiff, an der Oberfläche. Wenn man genug gesehen hat, drückt man den grünen Knopf, pumpt die Flüssigkeit aus den Behältern raus, ersetzt die Gefäße somit mit Luft, lässt die Gewichte fallen, wird somit leichter und taucht wieder hoch. Yippie, Hurra, Stockton Rush hat ne Millionen gemacht und wir haben die Titanic gesehen. Es sollte wie ein stinknormaler Aufzug funktionieren. Oh, fuck. Von internationalen YouTubern bis zu Leuten, die Dokumentarfilme über die Firma drehten, bis hin zu Titanic-Enthusiasten, die nach dem Tauchgang in Tränen zusammenbrachen, waren alle möglichen Menschen dabei, um nicht nur die Firma weiter zu finanzieren, sondern auch den Ur-Rot-Tourismus bekannt zu machen. Das finde ich super. Denn Stockton Rush wusste, er sitzt auf einem Monopol. Die Unglückstätte der Titanic war für ihn eine finanzielle Goldmine. Und ich muss schon zugeben, dass das Foto vom Macher der Simpsons mit der echten Titanic im Hintergrund, wahrscheinlich ziemlich cool aus einer mit Boomer gefüllten Facebook-Timeline aussehen muss. Stockton Rush überwältigte die Leute mit seiner Leidenschaft zur Titanic. In ihm brennte eine Flamme. Die andere davon überzeugte, selber mal bei so einer Reise mitmachen zu wollen. Und so plante man im Juni 23 eine weitere Expedition zur Titanic. Es war für Stockton Rush ein ganz normaler Sonntag. Diesmal haben sich vier andere Passagiere von der Idee begeistern lassen, die Titanic endlich mal mit ihren eigenen Augen sehen zu können. Der zufällig reiste Mann Pakistans zusammen mit seinem Sohn, welcher vorher bei dem Guinness-Weltrekordverein ankündigte, 4000 Meter weit unten vor der Titanic einen Rubik's Cube lösen zu wollen, um damit einen Weltrekord zu brechen. Der französische Titanic-Experte und auch Milliardär Paul-Henri Nageolet und noch ein Milliardär, der Investor und Astronaut Hamish Harding. Wir sind exzentrische reiche Säcke, also gehen wir auf 4000 Meter runter und ziehen James Cameron die Hose runter, während er die Titanic erforscht. Ich meine, so eine Reise ist für Superreiche eine verlockende Sache. Der siebte Ferrari ist nach dem achten Mal fahren auch irgendwie langweilig geworden und der Privatschild hat nicht mehr den gleichen Charme wie früher. Also warum nicht einfach mal die Titanic sehen? Es war exakt 4 Uhr morgens auf hoher See, als das U-Boot Titan mit seiner fünfköpfigen, gespannten Crew in die Tiefe zum Wrack der Titanic hinabtauchte. Und genau eine Stunde und 45 Minuten später Kontaktabbruch. Die Kommunikation vom Mutterschiff zum Hinabsinken im U-Boot wurde gekappt. Fünf Passagiere, tausende Meter tief, gefangen in einem U-Boot ohne Kommunikation zur Außenwelt. Zusteuert auf ein Wrack eines Schiffes, welches hunderte von Menschen in den Tod gestürzt hat. Und als nach mehreren eingeplanten Pufferstunden die Kommunikation immer noch nicht hergestellt wurde, kontaktierte man schließlich die Küstenwache und die große Suchaktion ging los. Es sollte ein Wahnsinns-Abenteuer sein, herausgekommen ist ein Wahnsinns-Albtraum. Und dadurch drang die Nachricht schließlich auch zu den Medien durch und was daraufhin geschah, das erfahrt ihr nach der Werbung. Werbung! Klingt auf Toilette, bis gleich! Ready? Wie lange geht die Werbung? Werbung, 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 Werbung. Bis zum Bump. Eisberge. So, Chat, seid ihr noch da? Hallo, hallo? Äh, Jungs, ich, äh, ich, ich weiß nicht, was heute los ist, ey. Ja, es ist komisch. Warte? So, das muss gemütet werden, das muss da hin. So, das ist das Ganze. Ich seh euch, Chat, dankeschön. Ich seh wieder, so gut wie nicht einen einzigen Non-Sub, aber Non-Subs geben scheiß auf mich. Deswegen, ich, weil, ich kenn euch schon mittlerweile. Ich kenn, ich, mein einzigen Zuschauer sind Subs. Projekt eigentlich gebaut wurde. Ocean Gate shouldn't have been doing what it was doing. Mein einzigen Chat ist in Subs. Angefangen mit der Konstruktion des Ocean Gate Titan U-Boards kamen Stück für Stück immer... Ich muss euch immer zwingen. Warum zeigt ihr euch nicht? Ich glaub, weil niemand einen Fick auf dich gibt, ne? Weil alle immer nur auf Subs achten. Alle anderen streamen, mein ich. Mach ich so, fertig, Jungs, ey. Zeigt euch mal, wirklich. Es tut so gut als Streamer. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist. Ich bin wegen dir da. Nicht wegen Madmo und seinen 53 Monaten Resub. Sorgst du halt noch nebenher? Ja. Der Streamer hier braucht gelegentlich halt Futter. Weißt du, was ich mein? Ansonsten gibt's keinen Stream. Ansonsten, keine Ahnung, was machen wir dann? Ich weiß nicht, Chit. Ansonsten muss ich doch nach Dubai Investor werden. ...mehr Infos und Details an die Oberfläche. Und so entpuppte sich langsam aber sicher, was für eine absolute Shitshow dieser Mann da ablieferte. If that's your idea of safety, then you're doing it wrong. Okay, wir spulen ein paar Jahre zurück. Nein, nicht zu dem allerersten U-Boot, was jemals gebaut wurde, sondern zu 2017, als Stockton Rush anfing, dieses Kapschick zu konstruieren. Nun, es kann sein, dass dieser Mann ein wenig geschlampt hat beim Bau von diesem wie ein Wal-Dildo aussehendes Stück von Gefährt. Und jetzt darf er das Ganze auch noch selber ausbaden. Das Wortspiel war nicht beabsichtigt. I'm a civilian. Also, holt der Zettel raus. Es wird Zeit für eine kleine Physikstunde. Hey, die Sons. Na geläutet. Als Material zum Bau von U-Booten nimmt man eigentlich Stahl oder Titanium. I am a... Der sich bei dem Unterwasserdruck dehnen kann. Und womit baute er sein U-Boot? Kohlenstofffasern. Carbon Fiber. Carbon Flyer. Carbon Fiber. Er meinte, er sei Innovator. Und erfinderische Menschen wie er müssten Grenzen überschreiten. Man würde sich an einen erinnern für die Regeln, die man gebrochen hat. Tja, brechen ist ein gutes Stichwort, denn das komplette Ding ist aus dem billigsten Material auf dem ganzen Markt gebaut worden. Billige Baurohre als Ballast. U-Boot-Teile wurden von Amazon und Camping World gekauft. Als würde man in den fucking Obi laufen und nach einer Abteilung für U-Boot-Teile fragen. Schrauben wurden in die U-Boot-Wände gebohrt. Auf ein Navigationssystem wurde komplett verzichtet, weil das mehr kosten würde und man dann nicht mehr die goldenen 250.000 Dollar Willy Wonka-Tickets anbieten könnte. Das U-Boot wurde mit einfachen Kabelbindern repariert. Außenteile wurden teilweise mit Kleber zusammengedrückt. Das Glasfenster ist für 1300 Meter geeignet, soll aber bis auf 4000 Meter runtertauchen. Die Scheiben haben eine Stärke von 9 Zoll, sollten sie nachlassen. Heißt das in zwei Millisekunden Sayonara. Dafür hat unser U. Ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe, Chad. Und irgendwie, Jungs, dass in Deutschland wäre es unmöglich, wirst du, was ich meine? In Deutschland wäre es auch vermutlich unmöglich, überhaupt irgendwie so eine Art von Business aufzumachen, nur so nebenbei. Aber unglaublich, Chad, wirklich. Boot eine Toilette. Ihr wisst schon, Tourismus und so. Genauso wie im Flugzeughals. Bei den essentiellen und wichtigen Materialien wurde gespart, aber Hauptsache das U-Boot hat einen 40-Dollar-Ebay-Bluetooth-Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. Musst du nochmal diese Bluetooth-Speaker sehen? ...liegen die unter der Sitzfläche? What the fuck? U-Boot hat einen 40-Dollar-Ebay-Bluetooth-Speaker, durch den man auf dem Weg zur Titanic coole Songs abspielen kann. Das hier ist die Inneneinrichtung von James Camerons U-Boot. Das hier ist ein U-Boot von vor 40 Jahren. Hier noch ein U-Boot und noch eins und jetzt guckt euch diese XXL Ravioli-Dose an. Eine aufmachbare Luke, durch die man rausklettern kann? Braucht er nicht. Sein U-Boot wird erstmal mithilfe von Schrauben von außen zugebohrt, damit man sich danach in einer Art Vakuum-Kapsel befindet, um dann später von außen wieder aufgeschraubt zu werden. Ich verstehe das Problem, aber ich weiß auch, dass es definitiv besser ist als eine Tür. Es gibt zwar sieben verschiedene Wege, um wieder nach oben zu kommen, heißt jedoch auch, dass den Passagieren langsam der Sauerstoff ausgehen würde, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, um das U-Boot wieder aufzuschrauben. Dieses U-Boot wurde unterirdisch schlecht konzipiert. Es läuft mit Wasser voll. Das ist wunderbar zum Untertauchen. 2018 hat ein Mitarbeiter ihn auf die Mängel des U-Boot und zahlreiche Materialfehler hingewiesen und ihn davor gewarnt, mit der sogenannten Todesfalle von U-Boot in die Tiefe abzutauchen. Und was hat Stockton mit dieser Kritik gemacht? Er hat ihn gefeuert, hat ihn verklagt wegen Rufmordes an der Firma und hat daraufhin bekannt gemacht, dass er nur noch junge Leute mit genügend Imaginationskraft anstellen wird und keine, Zitat, 50-jährigen Weißen in seinem Unternehmen haben möchte. Daraufhin hat die Marine Technology Society, das sind sowas wie die U-Boot-Experten Giga-Chats, einen Sammelbrief an Stockton geschrieben, dass sein U-Boot kompletter Müll ist und er die ganze Industrie gefährden würde. Oh nein, ich habe Airpods drin, ich kann eure Kritik nicht hören, ich tauche jetzt zur Titanic, blub, 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 blub. Sein Hohensohn. Er hat auch als einziger Mensch sein U-Boot nicht von irgendeiner Institution vorher prüfen lassen. Tatsächlich kann laut dem international geltenden Seerecht jeder sein eigenes U-Boot bauen und Fahrten damit anbieten. Und das ohne Zertifizierung. Bild. Doch lässt jeder, dem sein Leben wichtig ist, sein U-Boot natürlich trotzdem vorher auf Mängel überprüfen. Es sei denn, man ist der Meinung, dass man der moderne Jimmy Neutron wäre und sowas die Innovation versteifen würde. Weil das ist, wo wir mit Boeing und NASA und der Universität Washington arbeiten. Wir haben mit Aerospace, NASA und Boeing auf dem Design unserer Halle. Wie bitte? Alle drei Firmen verneinen die Zusammenarbeit. Seine Partnerschaft mit Boeing heißt nur, dass er vor Jahren mal Schrottteile von der Flugzeugfirma für sein U-Boot gekauft hat, welche auch noch über dem Halbbarkeitsdatum für den Einsatz in Flugzeugen lagen und deshalb für einen großen Rabatt an Stockton verkauft wurden. Oh nein! Und wie steuert man so ein U-Boot eigentlich? Noch nie gesehen. Ein Lenkrad, ein Kontrollboard mit hunderten Knöpfen drauf, wie in wirklich allen anderen U-Booten, die es auf dieser Welt gibt? Ein kabelloser B-Klasse, 30 Euro Amazon Logitech Controller. Ich weiß, warum Meckelmoor nur zu den Heiden getaucht ist und nicht zur Titanic, als er seine Promo gemacht hat dafür. Okay, und um fair zu bleiben, Controller sind teilweise für große Maschinen tatsächlich der Industriestandard. Einfach, weil die meisten Geräte kaum bis wenige Inputs benötigen. Militärgeräte wie Drohnen und Roboter werden mit Xbox-Controllern gesteuert. Selbes gilt auch für riesige Bohrer und Baggermaschinen. Der Controller war wahrscheinlich das Bauteil gewesen, was am besten entwickelt gewesen sein muss. Doch hielt es Dockton Rush für unnötig, einen Notfallplan zur Steuerung einzubauen. Heißt, es sollte besagter Controller mittendrin mal wirklich defekt sein, dann sind sie wahrscheinlich tot. Denn, wie sagte ein weiser Mann einst, ab einem gewissen Punkt ist Sicherheit reine Zeitverschwendung. Alle vier Passagiere unterschrieben vor der Fahrt eine Verzichtserklärung, in der auf das Todesrisiko und den experimentellen Charakter des U-Bootz hingewiesen wurde. In dieser Erklärung kommt achtmal das Wort Tod vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde nicht mal für 250.000 Dollar in das U-Boot einsteigen. Und wenn ich diesem Mann und seinem U-Boot mein Leben anvertrauen würde, dann möchte ich nicht hören, dass das U-Boot einen experimentellen Charakter besitzt, sondern dass die Teile aus dem seltensten Metall der Erde in den Schmieden von fucking Mordor hergestellt wurden. Die 90 geglückten Fahrten zur Titanic, mit denen Feuer geworben wurde, ganze 77 davon wurden vor dem Erreichen des Wrackes, aus meist technischen Gründen, abgebrochen. In einer Fahrt haben die Passagiere das U-Boot in einen Stein gerammt. In der Fahrt eines Youtubers hat der Controller nicht richtig funktioniert. In fast jeder Fahrt wurde laut Berichten ein Geräusch gehört, was den Sound einer Pistole glich. Und wisst ihr, was das war? Die U-Boot-Teile, die Kilometer weit unten langsam aber sicher auseinanderrissen und die Materialien vom U-Boot zerbröckelten. What the fuck, Alter? Aber Hauptsache das U-Boot kann in 3000 Metern Tiefe Despacito über die billigen Lautsprecher abspielen. Juhu. Jede Fahrt, die er bis dahin gemacht hat, war so, als hätte er vorher auf gut Glück ein paar Würfel gewürfelt. Nein, als hätte er bei jeder Fahrt russisch Roulette gespielt. Und der Schlimmste daran, es war ihm bewusst. Stockton Rush hat einen zur Titanic tauchenden Sarg gebaut und ihn viel superreicher als eine Tourismusneuheit und Innovation der U-Boot-Industrie verkauft. Okay, legt euch rein. Dass das Ganze nur ein riesiges Stück Schrott ist, wurde den Passagieren mit Familien und Liebenden, die zu Hause auf sie warteten, natürlich nicht kommuniziert. We lost come. I think that would be a sentence I would never want to hear in my life again. Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, dass die Passagiere sich vorher einfach mal informieren hätten können, warum 4000 Meter weit unten vielleicht nicht der sicherste Ort für ein Selfmade-U-Boot ist. Und deswegen gilt hier, wie fast überall, die Regel. Der Gedanke war einfach zu verlockend. Ein Tourismuskonzept, bei dem man mit einem U-Boot verlässlich die 4000 Meter Marke erreichen kann, das riecht nach Geld. Es würde 50% des Planeten eröffnen und das wäre nicht nur ein riesiger Schritt für die Forschung, sondern würde es ihn innerhalb ein paar Jahre zu einer der reichsten Menschen der ganzen Industrie katapultieren. Und als das Internet zusammen mit den gemeinsamen Recherche- und Archivfähigkeiten, auch genannt Reddit und der Twitter-Timeline, genau diese ganzen Infos vor sich ausgebreitet rumliegen sah, war der Schritt über diese unglaublich skurrile und dumme Situation, Memes zu machen, nicht mehr weit gewesen. Als dann auch noch rauskam, dass alle Passagiere ausschließlich super reiche Menschen sind, ist wirklich jegliche überbleibende Empathie auf Null gefallen. Ich meine, Milliardäre, die für einen Riesenhaufen Geld in einen Sarg steigen, der von einem billigen Controller gesteuert wird, um sich die Ruhestätte von verstorbenen Milliardären anzuschauen und seit Tagen in tausenden Metern Tiefe auf ihre Rettung warten und sehr wahrscheinlich jeden Moment sterben werden? Es ist zu absurd, als dass man da keine Witze drüber machen könnte. Die legendäre Woche, in der das ganze Internet voll mit Memes über ein verschollenes und langsam der Sauerstoff ausgehendes U-Boot war. Ihr werdet sie mitbekommen haben, eure Oma hat sie mitbekommen, der einsamste Holzfäller irgendwo in Kanada hat sie mitbekommen, die Fische im Wasser haben sie offensichtlich mitbekommen, die Ocean Gate Titan Memes schienen wirklich nahezu perfekt, jeden einzelnen Checkpunkt von berühmten Internetereignissen der letzten 20 Jahre zu erfüllen. Die Gruppe von Leuten, die ihre Photoshop-Skills funkeln haben lassen und die Social-Media-Plattform wie verrückt mit Memes versorgten. Ich kann sehr gut mit Druck umgehen, auch ich. Das U-Boot in den Backrooms, das U-Boot in Bikini Bottom, das U-Boot und die Orcas, das U-Boot und das Seemonster, es waren einfach zu viele, um sie alle aufzählen zu können. Natürlich haben die Simpsons vor Jahren mal eine Folge gehabt, in der ein U-Boot verloren geht und Homer langsam der Sauerstoff ausgeht. Es wäre einfach kein richtiges Internetgeschehenes, ohne eine Simpsons-Folge, die das Ganze schon mal perfekt und akkurat vor Ewigkeiten vorhergesagt hat. Ein TikToker und andere Genies, die in einer komplett anderen Dimension lebten, weil sie in dem U-Boot-Ereignis irgendeine Art von größerer Verschwörung sahen. Die Rothschild-Ocean-Gate-Theorie und die Theorie, dass sie ihren Tod aus Steuergründen gefakt haben und jetzt irgendwo in den Strip-Clubs von Atlantis chillen. Es ist alles nur eine große Ablenkung von den wichtigen Dingen in unserem Leben, wie zum Beispiel Tauben oder dem Fakt, dass es wirklich Leute gibt, die Gartenzwerge in ihrem Garten stehen haben. Was hat das U-Boot bitte mit der flachen Erde, dem Malaysia-Flug 370 oder Joe fucking Biden zu tun? Die Cosplayer, die sich das Ganze nicht zweimal sagen lassen haben und mit einem oder manchmal auch zwei Kostümen ihre kreative Ader zur Schau stellten. Jeder war der Meinung, dass er da unten locker überleben würde oder sich einfach aus der Lage befreien könnte, wenn er wollen würde. Warum steigen die nicht einfach aus dem U-Boot aus? Jeder war der Meinung, dass er die Passagiere da unten mit Leichtigkeit retten könnte, wenn er nur wollen würde. Ich hatte früher bei mir auf der Arbeit auch immer Leute, die fest davon überzeugt waren, dass wenn der Fahrstuhl runter saust, dass man nur hochspringen muss, quasi um den Fahrstuhlabsturz zu überleben, sozusagen. Ganz unironisch. Danke Mr. Lentex für deinen Resub, danke lieber Stöpster nochmal und danke Mr. Wohlewizard. Vielen lieben Dank für den Support heute, Chat. Jeder war auf einmal U-Boot-Architekt und Experte und wollte seinen kompetenten Senf dazugeben. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach nur dies und das Teil und ein fucking Jetpack drangebaut hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn Stockton Rush einfach den Konami-Cheapcode eingegeben hätte. Das U-Boot würde überleben, wenn man Vin Diesel sagen würde, dass sich seine Familie gerade dort unten befindet. Regel 34 des Internets besagt, dass im Internet über jedes Thema Pornografie existiert. Auch über U-Boote, auch über dieses U-Boot. Artworks vom U-Boot, zahlreiche Filmposter, Comics von Boomer, die viel zu spät in irgendwelchen TV-Magazinen landeten, Spotify-Playlisten mit Songs, die man hören kann, wenn man auf dem Weg zur Titanic ist. Parallelen zu Games, in welchen das U-Boot ab jetzt durch irgendwelche Mods zu spielen ist, oder nachgebaut wurde und, naja, in Rekordzeit zu der höchsten Gaming-Map wurde. Lego-Nachbauten von dem Ocean Gate-Titan-U-Boot mit dazugehörender Titanic im Mittelgrund. Warum ist meine Hose kalt? Und Nase? Und, äh, ich weiß nicht, was das hier ist. Wahrscheinlich ein Seifenspender oder so. Und der Controller. Oh mein Gott, der Controller. Stockton Rush hätte einfach einen Guitar Hero Controller mitnehmen sollen, um dann die berüchtigte Highway to Hell-Kombo spielen zu können, damit das U-Boot wieder hochtauchen kann. Hey Leute, was sagt ihr zu meinem Controller für mein U-Boot, was ich bauen möchte? So, bitte, Mr. Krabs, ist wieder ganz wie neu. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass Stockton Rush verlauert wird. Falls das Blutmonster kommt, schießt es einfach mit der Nintendo-Zapper-Pistole ab. Stockton Rush hat wahrscheinlich schon längst geraged und seine Controller geworfen und hat aus Versehen das Fenster getroffen. Ich hab das schon so oft gehört. Ich hab das schon so oft gehört, dass Leute wütend werden und ihren Controller wegwerfen. Hast du jemals einen Controller geschrottet? Das macht doch niemand, oder? Ich mein, außer irgendwelche FIFA-Spieler, um, keine Ahnung, im Stream Engagements zu provozieren. Warum funktioniert mein Controller nicht? Ich habe die Anleitung genauso befolgt, wie es dieser schlaue Mann gesagt hat. Und ich hab den Controller bezahlt, das ist, wenn ich den gegen den Tisch werfe oder so. Oder gegen die Wand. Wenn man diese ganzen Memes von 4chan, Reddit und Gott weiß woher in einem zeitlich sinnvollen Zusammenhang in Form einer Geschichte erzählen würde und sich zufällig die Mühe machen würde, das Ganze zusammenzusetzen, dann würde diese Geschichte genau so aussehen. Alles fing an mit einer Explosion und sechs Passagieren, von denen einer der geheim Versteckte Saddam Hussein war. Auf dem Weg zum Wrack begegten sie einem in Low-Quality drehenden Fisch und zahlreiche Katzen im Taucheranzug. Alle waren sich einig, dass Dr. Rush schließlich einen Stickdrift mit seinem Controller hatte und so sind sie in einen naheliegenden Stein geknallt, was ein großes Loch im U-Boot hinterlassen hat. Doch craftete er schnell mit dem Holzwasser mit, brachte zwei Minecraft-Schilder und platzierte sie so, dass das Wasser nicht mehr reinfließen konnte. Fortgeschrittene Physik Schließlich erreichten sie das Wrack und sahen dort die urahnen Geister der Titanic, mit denen sie dann zusammen ein Fortnite-Chuck-Chuck tranken. Die Titanic-Geister hatten jedoch große Probleme damit, das Konzept von Blockchain und Fortnite zu verstehen und so machte sich die Crew wieder bereit für die Heimfahrt. Doch leider waren die Batterien des Controllers leer. Und so haben sich Redditor zusammen mit Aquaman auf die Suche nach dem U-Boot gemacht. Doch wurden sie abgefangen von Nautilus aus League of Legends, der einen Pentakill machen wollte und so weichten sie aus und crashten in zwei zufällig direkt nebeneinander stehenden Wolkenkratzern aus der naheliegenden Unterwasserstadt Ohio. Gott sei Dank haben sie gerade so überlebt, doch langsam ging der Sauerstoff aus und sie verlierten Stück für Stück schmerzhaft ihre Lebensherzen. Sie haben sich dann noch aus irgendeinem Grund gegenseitig gegessen und ab da sah der letzte überlebende Taddeus-Tentakel nur noch schwarz. Das U-Boot wurde nach zwei Tagen schließlich am Strand angeschwemmt und das Rettungsteam eilte sofort zur Hilfe, um es zu öffnen. Heraus kam, ich habe mir das nicht ausgedacht, Leonardo DiCaprio mit Zombie-Make-up und sagte die Worte Rose, du hast mich getötet. Ja, ihr hört richtig. Das ganze U-Boot-Ding war nämlich nur ein Publicity-Sunt für den kommenden Film Titanic 2 Jack is back. Titanic 2 Jack is back Okay, und um wieder zurück zur echten Geschichte zu kommen, es sind mittlerweile zwei Tage vergangen, in denen die Passagiere dort unten feststeckten. Keiner weiß, wo sie sind, sie wissen nicht, wo sie sind, doch plötzlich gab es einen Lichtblick. Ab dem Sonnenaufgang des 20. Junis hörte man in regelmäßigen Abständen laute und erkennbare Klopfgeräusche, welche auf einen Hilferuf der Passagiere schließen könnten. Und so wurden noch mehr Suchtrupps ausgesendet, von der US-Küstenwache bis zu der Nähmung der Air Force, der kanadischen Küstenwache. Ich meine, stell dich wirklich mal vor, wir sind halt in so einer, ich meine, es ist wie so eine Dose, wie so eine fucking Tischdose oder so, keine Ahnung, wie so eine Konservendose. Wir sind in so einer Konservendose, du hast quasi ein Loch, wo du rausgucken kannst, und dann erzählt dir irgendjemand, irgendwie, wir haben die Kontrolle verloren über das Schiff oder wir werden sinken oder so. Oder Druckverlust oder kein Sauerstoff. Ei, 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 Jungs, Alter. Wache oder der nationalen Luftwache waren keine Ressourcen zu schade, um das U-Boot zu finden. Seeaufklärungsflugzeuge, die nach einem eventuell aufgetauchten U-Boot an der Oberfläche suchten. Sonarbojen, die ins Wasser geworfen wurden und die Gewässer nach Objekten abscannten. Natürlich kann man auch auf die Idee, mit anderen U-Booten zu suchen. Doch das einzig verfügbare U-Boot zu der Zeit, was ebenfalls in solche Tiefen abtauchen kann, gehört, ob ihr es glaubt oder nicht, dem König von Steam, Gabe Newell. Wait, is that Gabe? Come on, not every dude with a beard. Hi, this is Gabe. An der das U-Boot wahrscheinlich gerade gebraucht hat, um in irgendeiner geheimen Marianengraben unter Wasserbasis Half-Life 3 zu entwickeln, damit es nicht nochmal ein Jahr vor Release geleakt wird. We're almost there, Freeman. Ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge wurden eingesetzt, die den Ozeanboden nach dem U-Boot absuchten. Victor 6000 zum Einsatz kommen. Wer ist Victor 6000? Unglaublich viele Schiffe, die sich in alle möglichen Richtungen aufteilen, alle auf der Suche nach einem nicht-ortbaren und nicht-identifizierbaren Klopfgeräusch. Oh mein Gott. Natürlich kam das über selbstbewusste Internet auch mit eigenen Ideen an, um irgendwie das U-Boot zu retten. Man soll den kompletten Ozean ein... Stell dir vor, Bro, wenn du in den U-Boot bist und die Kontrolle über das U-Boot ist verloren und du klopfst gegen die Wand, um Hilfe zu rufen, aber dann irgendwann ist zu wenig Sauerstoff da, sodass deine Muskeln dir nicht mehr gehorchen und du nicht mehr feste klopfen kannst. Das Einzige, was du noch kannst, sind ganz sachte Schläge gegen die Wand und die machen keine Geräusche mehr und du hast keine Kraft mehr und du wirst müde und müde und müde und müde. ... aussaugen lassen. Das U-Boot konnte durch das geniale Internet gerettet werden. Das Gesetz der Anziehung. Milliardäre, ein zwölfjähriges Mädchen, es taucht wieder hoch. Natürlich war das ein Post von 4chan. Also ist mit Banging Neuses wirklich Fick-Geräusche gemeint gewesen, um sich gegenseitig warm zu halten? Ja, der pakistanische Milliardär wärmt seinen Sohn herzerwärmend in den Ehring, brutal und trocken in den Arsch fickt. Die anderen sitzen drum rum und stocken rasch hältst in Kontrolle und macht Autogeräusche. Eine Theorie war auch, dass die Killer-Orcas hinter dem Ganzen steckten, welche schon Monate zuvor mehrmals die Herzen des Internets eroberten, weil sie zahlreiche Fischerboote angegriffen hatten. Killer-Whale sind nicht unsere Freunde. Stopp rooting for the Orcas ramming Boots. Nice try. Boat. Gleichzeitig gab es auch noch einen kleinen Zwischenskandal, weil der Stiefsohn von einem der vier Milliardäre, die an Bord waren, nicht gerade sensibel auf das Verschwinden seines Stiefvaters reagiert hat. Milliardär kämpft ums Überleben. Sein Stiefsohn flirtet mit Onlyfans-Model. Milliardär... Das erste, was quasi dein Scheiß-Balk macht, ist darüber reden, wie jetzt quasi das geerbte Geld investiert wird beziehungsweise verballert wird. Boah, Jungs, ey. Sergeant George, Jean-Fri 67. Andreas Stiefsohn geht lieber zum Rock-Konzert. Oh, was ist er supposed to do? Be sad at the house? Is he supposed to go look for himself? Das wäre ein GTA-Jermain, true. You supposed to be at the house sad? The goat! Oh, neben Tweets, wie I wanna fuck the shit out of a girl and something power and the goat. Netter junger Mann. Oh, ein Hitler-Bild. Als nach vier Tagen immer noch nichts gefunden wurde, waren es nur noch Stunden, bis dem U-Boot der Sauerstoff ausging und so wurde das Suchgebiet verdoppelt. So nah. Ich schwör dir, wenn das dein Sohn ist, hast du versagt als Vater. Safe. Es wurden Hightech-Suchgeräte eingeflogen, die auf den ersten Blick an irgendwelche Raumschiffe aus Star Wars erinnern. Die Medien und das Internet waren derweil damit beschäftigt, Timer für den Sauerstoff einzustellen und sich von den gefühlt 20 gleichen U-Boot-Witzen zu langweilen. So sehr, dass Leute in den Kommentarspalten anfingen zu zählen, wie viele Memes sie darüber heute schon auf ihrer Timeline hatten. Okay, wir haben es verstanden. Ihnen stand das Wasser bis zum Hals. Die Leute, die darüber Witze machen, sind ja so tief gesunken. Stockton Rush kann nicht mit Druck umgehen. Doch bitte lasst mich jetzt wieder normale Memes angucken. Und so vergingen die letzten Stunden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem ein U-Boot mit 5 Milliardären irgendwo auf dem Weg zum Wrack der Titanic feststeckte und mitten in der Dunkelheit der Tiefsee Stück für Stück an Sauerstoff verlor. Und so vergingen die Zeit, Willkommen auf der Titanic. Nach exakt 111 Jahren nahm die RMS Titanic 5 weitere Menschen mit in ihr Grab. Keiner der 5 Passagiere hat überlebt. Erst kurz, Jungs. Mir war nicht bewusst, dass... ...nahm die RMS Titanic 5 weitere... Mir war nicht bewusst, dass Stockton Rush selbst auch anwesend war an dem Boot. Nur so nebenbei. Okay. Nun, die Story so vor sich ausgelegt, klingt an sich ziemlich glaubwürdig, doch entspricht sie nicht ganz der Wahrheit. Da die Medien gefühlt im Sekundentakt neue Artikel darüber veröffentlichten, was denn jetzt mit dem U-Boot passiert sei und somit einige Falschinfos wie angeblich geleakte Kommunikationstranskripte oder... Oh mein Gott, sie haben den Controller gefunden im Umlaufwaren. Wäre es vielleicht mal an der Zeit, ein bisschen aufzuräumen und sich anzugucken, was genau passiert ist. Oh wow. Das U-Boot verlor nach zwei Stunden den Kontakt zum Mutterschiff. Die Leute in der Kommandozentrale warteten ganze acht Stunden, bis man das vermisste U-Boot meldete. Warum so lange? Nun, es rückt die Firma nicht in das beste Licht, wenn man einen vermissten Fall melden muss. Für Investoren und zukünftige Passagiere eine dicke, rote Flagge. Man hatte wohl sehr lange gehofft, dass es nur eine kurzzeitige Unterbrechung war und für den guten Ruf gingen sie über Leichen. Nachdem nach mehreren Tagen der angebliche Sauerstoff ausging und die Suchaktion vorbei war, berichtete die US Navy auf einmal, dass man zufälligerweise ein Geräusch, was einer Implosion glich, bereits zwei Stunden nach dem Abtauchen aufgenommen hatte, aber sich nicht sicher war, woher das Geräusch kommen würde und die Leute trotzdem tagelang suchen lassen hat. Was übrigens auch damit zu tun hat, dass sie nicht verraten wollten, welches streng geheime Militär-Technologiesystem das Geräusch so schnell aufnehmen konnte. Heißt also, das U-Boot ist implodiert. Woher man das weiß? Nun, das hier war der Kameramann und hat somit als einziger Überle... Äh, nein, ganz simpel. Es wurden nach ein paar Tagen Wrackteile des U-Boots durch einen Suchroboter gefunden und spätestens dann war klar, was passiert war. Shortly after arriving on the Seafloor we discovered the debris of the Titan submersion. Sadly, a rescue turned into a recovery. I have to apologize, we're still demobilizing. There's a lot of emotions. People are tired. Die fünf Passagiere tauchten am frühen Sonntagmorgen hinab. Das Material hat, nachdem es schon über mehrere Monate hinweg beschädigt wurde, den extrem starken Außendruck nicht mehr standgehalten. Siebte Klasse Physik, Außendruck stärker als der Innendruck und das U-Boot ist implodiert. Okay, und was genau heißt implodiert? Wenn es explodiert, bedeutet, dass es quasi nach außen fetzt. Es implodiert vermutlich, dass es quasi die Kraft, die von außen wirkt, alles nach innen fetzt. Viele Leute hatten anscheinend ziemliche Probleme mit dem Begriff, denn einige Internetnutzer hatten sehr interessante Vorstellungen davon, was passiert, wenn der Druck von 380 Bar oder die Last von 100 fucking Elefanten auf einen stößt. Nein, so sah das nicht aus. So, auf keinen Fall. Das hier ist nett animiert, aber auch falsch. Diese Bildanimation verdeutlicht den dramatischen Moment, als die Hülle des Minitauchbootes auf dem Weg zur Titanic implodiert. Wow, schöne Animation für 2003. Ähm... Hier, hier ist ein Metalltank, der implodiert. Okay, das sieht schmerzhaft aus, ist aber nicht mal ansatzweise so stark, wie der Druck, der an 3000 Metern Tiefe herrscht. Stellt euch einfach vor, ihr sitzt da drin und die Kraft ist ca. 400 Mal so schnell und so stark. Und jetzt schaut euch an, wie ein Körper, der durch gerade mal 90 Meter unter Wasserdruck komprimiert wird, darauf reagiert. Nicht vergessen, das U-Boot implodierte tausende Meter tief. Nur nehmen wir einfach schnell vorbei? Ist das, äh, überhaupt ein Trost? Tod. 20 Millisekunden. Der Körper wird pulverisiert, bevor das Nervensystem überhaupt wahrnehmen konnte, was passiert war. Was übrig bleibt, ist eine Suppe aus Menschenteilen und große Überreste des U-Bootes, welche danach noch mühevoll geborgen werden konnten. Die Implosion war so stark, dass die Passagiere von einem auf den anderen Moment einfach aufhörten zu existieren. Was ist das Rote, was da austritt? Konfetti. Could have helped them instead of just recording. Deutsche Arbeitgeber fragen, ob man morgen trotzdem zur Arbeit kommen kann. Äh, dann fragt man sich nachher, tue ich immer, woran die Lehren hat. Ich sage immer, woran die Lehren hat, fass ich immer. Doch, Moment mal. Wenn die Ocean Gate Titan nach zwei Stunden implodiert ist, was war dann das Klopfgeräusch am dritten Tag? Sendet mehr Menschen. Sendet mehr Menschen. Sendet mehr Menschen. Die am weitesten verbreitetsten Theorien sind, dass es Geräusche vom Wrack der Titanic waren oder dass Tiere in tausenden Metern Tiefe diese Geräusche produziert haben. Doch, sind wir mal ehrlich. Wir wissen alle ganz genau, welches Ungeheuer hinter diesem Sound gesteckt hat. Ocean Gate selbst. Danach wurde Ocean Gate als Firma geschlossen. Die Spuren der Tragödie wurden versucht zu verwischen und der YouTube-Kanal wurde runtergenommen. Die Tiefseeindustrie und alles, was auch nur ansatzweise mit U-Booten zu tun hat, ist danach so gut wie ausgestorben. Einfach, weil jetzt keiner mehr freiwillig in ein U-Boot steigen möchte. Was wiederum auch heißt, dass wir die Tiefen des Ozeanes für die nächsten 50 Jahre erstmal nicht genauer betrachten werden können. Hm. Habe ich kein Problem mit. Der Mitbegründer von Ocean Gate kam dann auf die geniale Idee, sich anstatt dem Meeresboden, dem Venus zu widmen. Did you know? The only reason we are unable to live on Venus is because we would fucking die. Ich mein, U-Booten bauen kann er. Also, äh, so, so halb. Raketen werden da ja nicht so weit entfernt sein. Er sagt, Innovation muss Barrieren durchbrechen. Barrieren durchbrechen? Das kennen wir doch irgendwoher. Und hier musste ich wirklich 20 Artikel darüber lesen, um sicher zu gehen, dass der Typ das wirklich ernst meint. Don't worry, his rocket is safe. He made it out of oiled paper this time and uses the Spongebob-Controller for steering it. Die ganze Sache hatte außerdem ein paar lustige Side-Effekts. My Heart Will Go On landete auf einmal wieder in den Billboard Top 100, nachdem Leute anfingen, durch den U-Boot-Inzident, den Song wieder zu streamen. Mathe- und Physiklehrer haben jetzt ein weiteres Szenario, was sie in ihre Aufgaben einbauen können, welches nicht einen Mann beinhaltet, der 5000 Bananen kaufen möchte. Logitech erhöhte den Preis für den Controller nach der Tragödie, Einfach weil Angebot und Nachfrage. The famous Logitech-Controller that was used on the sub is now a bestseller on Amazon. Und das Produkt hat auf einmal einige interessante Reviews dazubekommen. This makes me so angry. I can only go down with this controller. Up-Button doesn't work. It makes me so angry. I'm about to implode. Und auch das Spiel Iron Lang, in dem es um ein klaustrophobisches U-Boot geht, kriegte auf einmal überraschend viel Liebe vom Internet ab. Firmen wie Subway mit ihrem Werbeschild, Mediamarkt mit einem Controller-Angebot und zahlreiche andere waren sich alle nicht zu schade, die ganze Sache irgendwie zu vermarkten oder darüber Witze zu machen und werden genauso wie die meisten auch deswegen wohl in der Hölle landen. Wow, danke Pornhub, dass sie mit zeigt, dass das U-Boot 15.000 Cox-Tief implodiert. Sony und Honda stellten außerdem vor kurzem ein E-Auto vor, welches sich mit einem Controller steuern lässt. Und sofern die Leute damit nicht fahren, wie bei GTA 5 oder das Ding mitten auf der Autobahn implodiert, steht einem zukünftigen Release nichts mehr im Weg. Nein, TikTok, dieser YouTuber hat nicht die Teile des U-Boots am Strand gefunden. Nein, die Logitech-Aktie ist nicht dadurch gecrasht, was jedoch sehr lustig wäre. Und nein, man hat keine Five Nights at Freddy's Sounds über die Unterwasser-Mikrofone aufnehmen können. Viele Medien redeten auch darüber, dass man doch noch Teile der Körper bergen könnte. Doch möchte ich hier auch nochmal erwähnen, dass alle U-Boot-Insassen gefucking Thanos snappt wurden und wahrscheinlich nur noch Flüssigkeit von ihnen übrig blieb. Oder sie wurden gegessen von. Nun, da war plötzlich eine Menge Food unter Wasser. Wisst ihr, was ich meine? Nun, gibt es Gerechtigkeit für die Familien der vier Passagiere, die Stockton Rush umgebracht hat? Hm, wahrscheinlich nicht. Denn wie will man bitte ein Gerichtsverfahren gewinnen, wenn man vorher eine Verzichtserklärung mit achtmal dem Wort Tod unterschrieben hat? Außerdem steht Stockton Rush ab sofort auf der Wikipedia-Liste für Leute, die an ihren eigenen Erfindungen gestorben sind. Da steht übrigens auch der russische Ingenieur Valerian Abarkowski, der auf die glänzende Idee kam, ein Propellerflugzeug mit einem Zug zu kreuzen und den Aero-Waggon baute. Nun, starker Wind, 114 kmh Geschwindigkeit, der Wagen entleiste und für die Wissenschaft. Ich dachte mir, ich kann dieses Video nicht beenden, ohne euch das mitgeteilt zu haben. Nun, was lernen wir aus dieser ganzen Geschichte? Dass dumme Menschen mit viel Geld gefährlich sind? Ah, wussten wir schon. Dass man die Natur nicht unterschätzen sollte? Das wussten wir auch schon. Also, was nehmen wir mit aus einem tragischen Szenario, das so gut wie niemandem auf dieser Welt jemals passiert wäre. Grand Theft Auto. Das ist ein abruptes Ende auf jeden Fall. Hast du ein gutes Video?